So hallo wir machen weiter bei infernum Letztes mal haben wir doch leider ein ganzes level lang an dem video gesetzt Ihr wisst was ich sagen will Und jetzt weiß ich gerade ich muss mal gucken muss man also wenn ich jetzt alleine wäre müsste ich ja auch den weg finden Geh mal kurz alles ein bisschen ab wo es weiter gehen könnte also hier haben wir alles gemacht Hier waren wir auch Wo ging es da aber wir sind echt durch Ach hier hier ging es weiter Richtig das da muss ich noch spielen Okay perfekt ja let's go Stimmt da hast du mich die letzte mal immer wieder von abgehalten Jetzt darf ich endlich mal dieses level rein juhu Fatum Damnati Ich bin mir gar nicht sicher ob du schon die aktuelle version hast die hilfe von dem switch hat oder nicht Ich auch nicht aber ich brauche jeden fall joshi Gut ich habe joshi Ist da um ein secret? Nein okay Jetzt soll ich da einen shell jump machen oder was? Ja natürlich Alles klar Dann machen wir einen joshi shell jump nichts leichter als das So Ähm Da drüben jetzt doch irgendwas Nein okay das ist wirklich nichts Ach das ist der Conan Orb gecheckt Jetzt muss ich joshi aber leh töten Und zwar so dass er wirklich gerade runter fällt Verstanden Habe ich ihn erwischt? Nein hier kommt bestimmt ein neuer joshi raus Ja so ist er nicht tot So auch nicht So schon Ich will nicht da oben raus So ist er nicht tot So könnte er So auch nicht Ah Tatsache Okay aber dann habe ich gleich die Kontrolle ob er tot ist oder nicht Ah ich könnte ja auch so ein bisschen schräg Ja weil das so viel präziser ist Ja ich glaube sogar dass das gar nicht so schlecht ist Ja wenn wir uns mal angucken Ja wir können es uns leider nicht angucken weil ich ständig an dem Ding sterbe Mann Ja wenn man hier safe states abused dann ist es natürlich easy Ha Hat sogar funktioniert Für den normalen Spieler eher nicht So okay jetzt muss ich mich hier treffen lassen Äh Nein stopp Oh ich muss das bestimmt besser timen War schon zu langs Was Ich muss das viel viel besser timen What the heck Hä Ja ich gebe dir mal keine Tipps da Wenn du schon statest dann darfst du doch Ah ich lasse ihn falsch Ich muss ihn nicht Ich kann ihn bestimmt Ja Der muss Der muss weiter Mehr Zeit haben zum Laufen Okay Mach ich das denn am blödsten Ah warte kann ich nicht einfach da so gegenspringen und dann Lass der so erstmal gegen die Wand Ist das vielleicht hilfreich Geht das Ne ich denke ich muss es schon so machen wie gerade eben Dass ich den einfach Ja 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 So auf Verdacht bisschen drauf springen Naja müssen eigentlich auch nicht Aber so also so runterlaufen das hat auf jeden Fall nicht hin Ich denke da sind wir uns einig Ja da sind wir uns schon einig Weil da ist er weit 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 weg Und ich muss halt Also ich muss halt den Stein treffen Aber in dem Moment in die andere Richtung gucken Richtig Wahrscheinlich irgendwie so reinrutschen Aber dann muss es halt auch noch mit dem Ding zusammenpassen Richtig Jetzt Ah optimal 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 Okay Jetzt kann ich hier runter R Okay Einfach nur damit du siehst was kommt Ich meine es ist safe nicht richtig den einfach zu killen mit der Shell Aber ich blicke gerade noch nicht so ganz Also doch ich blicke schon so ein bisschen aber Wahrscheinlich brauche ich die Shell da oben auch noch Wahrscheinlich solche keine Shell Ja das war nix Aber die Shell da oben wüsste ich auch nicht Ah Yoshi muss da unten rein Da rein Oh ähm Ich meinte ich kann ihn an Trigger Ach es ist so einer Ja so einer ist das Was soll mir das denn bringen Dann muss er einfach Gar nichts Ja da muss er wirklich weg Hm Glitschen darf ich ja nicht Ach bau dich ja am besten mit Disco Cooper und fliegt durchs Level Ja das wäre jetzt die Idee gewesen Nein darf ich ja nicht Ähm Ich meine ich kann den Stein da irgendwie weg Oh wait Nee Doch Das hätte ich aber von oben machen müssen Richtig Ja scheiße Wollen wir nochmal da hoch Ja Obt mal Nein nicht den anderen Den Stein Jawohl So jetzt bleibt der da nämlich drauf stehen Nee der läuft weiter Oh ich muss das auch noch auf schnell machen Deswegen hast du ja auch ne Preview Ach Mist Ich dachte der bleibt da drauf kleben Shit Mann Hä bin ich denn dumm? Nee das ist viel zu schnell Na super Wieso Soll denn das so schnell gehen? Ja wenn man gut spielt dann geht das auch Wenn man so spielt wie du natürlich nicht Äh Yoshi fehlt Nein Alter Wow das war knapp Hätte funktionieren können Ja Ja Nein Okay ich glaube ich werde aber immer schneller Ich werde mit jedem ein bisschen schneller So dass es realistischer aussieht das zu schaffen Oh mein Gott Ja man hätte den Chuck auch einfach kaputt stampfen können Oh Ich habe die Conan Panic Variante mal wieder gespielt Natürlich Habt übrigens nicht umsonst Indikatoren dahin geklebt Ja ich versuche hier Achso ich soll bei dem grünen schießen Ich habe gedacht bei dem blauen Achso R Bleib halt einfach mal bei der Münze stehen R Äh Das war A und nicht R Das ist richtig Ach ich habe schon R Achso ich kann aus dem Stand schießen Achso ja ist ja easy Ich möchte fast meinen die Indikatoren hätten ihren Sinn Ja dann haben wir ja schon die erste Hälfte mal wieder geschafft Oh ähm ja Den nehme ich Die Skara rentiert nicht so verkehrt das Level hier neu zu laden Ah Halt Spin Jump Nochmal Okay sehr gut Ja und dann auch Yoshi Am besten Fall landen Nein Jetzt aber Jawoll So okay da oben den kann ich jetzt befreien Ist hier ein R zu sehen Nee War es jetzt falsch Ich würde es nicht empfehlen Aber du darfst es natürlich weiterhin benutzen Okay dann machen wir das wieder weg Was kam da raus Eine Schellner Jetzt fährt der da lang Ah der muss Wait nee Da sind grüne Münzen Da sind grüne Münzen Wie geht es nicht hier weiter Tschüss Yoshi Ich glaube du hast durchs Erst-Scrolling eh schon kaputt gemacht Achso Dann töte ich mich mal kurz Zurück Ja das hat nicht mitgehauen Also zum Glück waren wir ja noch nicht weit in der zweiten Hälfte Nee sonst hätte ich auch rewindet Nicht neu geladen Jetzt aber Okay So Also ich Rewire ich Dings nicht mehr Was mache ich denn da jetzt Ich kann ja nicht mit Spinchamp von Yoshi abspringen Ich weiß doch nicht warum ich das wollte Mann Du kannst doch einfach von Yoshi abspringen Um den Block zu treffen Das geht natürlich auch Ich frage mich nur Dann stellst du dich wieder mal an Nee wann denn eigentlich nicht Ich frage mich nur wie es dann weiter geht Also da kommt halt der Stein Dann daher Hm Ich muss irgendwie warten Auf jeden Fall Ja aber Irgendwie muss ich ja da Wie soll ich da rüber kommen Ich bin irritiert Ich Wofür brauche ich den Den Dings Also ich mache jetzt mal ohne den Ich kann ja praktisch Theoretisch kann ich ja irgendwie da hoch Vielleicht kann ich es auch nicht Nee kann ich nicht Ich soll vielleicht gar nicht Da unten entlang ist Das sieht zwar so aus Ob man Yoshi da entlang schicken soll Aber Irgendwie halt vielleicht dann doch nicht Jetzt soll da was ganz anderes Ich glaube das ist nur für Ich klebe dir noch ein Schild hin Das ist nur für den Für den Steintyp da Ich soll das gar nicht mit Yoshi machen Oh Ich bin doof Der Steintyp hat nämlich Probleme über Lava zu laufen Ja Okay okay Das ist nur für den Steintyp als Starthilfe Und dann ist nämlich der 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 Die Kugel da Keine Ahnung wie das Ding heißt Sparky oder so Das ist für Yoshi von Anfang an gedacht gewesen Ich war total irritiert Weil ich Yoshi da unten entlang schicken könnte Aber das soll ich gar nicht Doch das sollst du Hä Aber wenn ich das soll Ich habe ja keine Möglichkeit Dann mal zu überleben Ach warte einfach noch ein bisschen ab Mach jetzt erstmal weiter Und versuch da mal hoch zu kommen Auch wenn du es timing mäßig Natürlich wieder grandios Vertimt hast Ja irgendwie schon Ich glaube das haut nicht hin Wie ich das vorhabe Ja Nee Okay Rewind Okay da stehen wir gut Es sieht an sich schon besser aus So Also Jetzt kann ich da unten rein Jetzt kommt der Cooper daher Ah ich hatte Yoshi killen Ah Yoshi muss in die andere Richtung rutschen Damit er stirbt Richtig Richtig Ach so Ach und ich habe bei dir den Switch noch gar nicht rausgenommen Ja schade aber auch Ja das machte die Stelle viel einfacher als ich sie gedacht hatte Also muss Yoshi da drauf und dann rutscht er automatisch da runter Richtig Ja gut das kriegen wir ja hin Na Na Nee Geht das so Nee jetzt gibt er noch ne Ja Ich müsste es von der anderen Seite wahrscheinlich machen oder so Also irgendwie so Nein Wofür ist eigentlich dieser Notenblock Dass man gucken kann oder was Richtig Ah Okay aber habe ich jetzt auch nichts anderes gesehen als ich vorher schon gesehen hatte Ja man sieht schon ein bisschen mehr nämlich dass rechts keine Sterbelücke für Yoshi ist Achso ja okay 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 das ist richtig das ist richtig Oh man Es ist gar nicht so einfach den dahin zu manövrieren Aber ich möchte meinen du wärst hier im drittletzten Level der Hauptstory So jetzt ist er tot Also vielleicht wenn ich schnell genug war ja Ja stopp Moment jetzt kommt da der nächste Yoshi raus Das darf nicht passieren Ja das ist wohl schneller sein müssen Ich soll den hier gar nicht auslösen Achso nee hä Okay also ich meine jetzt könnte ich mir mit R und Dings wieder helfen ne Aber das soll ich nicht Na gut kannst du gerne mal machen Weil dann löst er halt den schneller aus Ja gut So eher nicht Oder er kickt ihn halt ins Nirwana Das geht natürlich auch So Jetzt ist da Yoshi und hier leben Ja da hast du halt den Vorteil Dass du den Switch schon hast Stimmt Hä wie soll das ohne den Block da gehen Was willst du von mir Ah mit der Shell oder was Richtig Shell Jump Ikit ikit Oh das ist schlecht dass der da oben weg ist Ja da fehlt dir eventuell ein Freund Hab den vorhin gesehen Wie krieg ich den denn da wieder rein Wo lädt der denn Ah da lädt der Sehr gut Tschüss Ja das hat gut funktioniert Ja das war jetzt nicht so gut getroffen Tschüss So jetzt kann ich Yoshi holen Aber ich brauch doch bestimmt den blauen Block noch Ne scheinbar nicht Muss ich einfach nur die Röhre treffen Tatsache Also schon ist es geschafft Ich wollt grad sagen Da kommt safe ein Leben Jaja das Musste ja irgendwas Musste ja passieren Also Yoshi ist noch nicht gestorben Aus irgendeinem Grund Dann muss ich so reinspringen Dass Yoshi wirklich gestorben ist Oder wie Musste gehen raus An die Dicium Tribunales Und jetzt müsste der tot sein Das war so klar Dann ist hier irgendein Yoshi In dem Es kann doch eigentlich In dem anderen Raum Das darf sich doch gar nicht Auf den anderen Raum beziehen Oder Hier ist irgendein Ja Den darf ich nicht reinladen Das hat mit dem Yoshi Gar nichts zu tun Richtig Das ist jetzt wieder so Diese Geschichte Dass man Den ich reinladen darf Ich hoffe Ja Das war wahrscheinlich Schon wieder kacke Ne war nicht kacke Geht noch alles Also musste man hier Jetzt LR drücken Obwohl du nichts von LR gesagt hast Das ist auch die Kaiser Trap daran Also gibt es doch Stellen Wo man es drücken darf Ohne dass Buchstaben auftauchen Gut Ja natürlich Ich verrate dem Spiele ja nicht Wie er seinen eigenen Tod ausweicht Ja das ist wohl wahr Ich gebe bloß Handlungsempfehlungen an Stellen Das kenne ich Wo es sonst schwierig wäre Richtig zu reagieren Das kenne ich Das ist das Level Wo alles Yoshi ist Außer die Sägen Die sind kein Yoshi Und irgendwas Weißt du auch wo hier das Secret ist? Ne das weiß ich nicht mehr Aber Irgendwas ist hier am Anfang runtergefallen Ah Ein Yoshi Ne Jetzt Vielleicht verstehst du Wie das Level mit dem vorigen verknüpft ist Ja Wir haben Yoshis getötet Und jetzt rechnen sich die Yoshis Absolut richtig Super Yoshi kommt gefliegt Ach Mist Gut getimt sein dieser Sprung Da ist es noch nicht Jetzt aber Jetzt aber Jawohl Das Feuer war auch gut getimt Ah jetzt kommt der Feuer Mach doch nicht diesen Jetzt aber Jawohl Okay Die Anstrengung In deiner Stimme zu hüten Ich wette ich brauche das Feuer noch Scheiße Ne wobei hier durchkomme ich mit dem Feuer gar nicht so ein Waaaaa Mama Okay ich glaube das war richtig bisher Ja man kann das Feuer noch behalten Man muss es aber nicht Ja aber ich meine es nützt ja gar nichts Also weil du wirst ja eh hier getroffen So Stoppu Okay was bist du Bist du ein Rex Ich hab's vergessen Ich werd's gleich wieder erfahren Bist du ein Rex Ja Ne Ah du bist ein Knochen Dings Ein Knochen trocken Ein Drybone Oh da musst du schnell werfen Okay Wäre nicht schlecht Springen kann ich Mein Gott Mit Anlauf Jawohl Jawohl Stopp Da kommt was runter Ne Ich hab die Ausrufezeichen gesehen Der wurde trotzdem getroffen So Na Oh ich glaub da darf ich gar nicht spinch haben Ich muss hier weiter Ja das sind gelbe Münzen Äh da hätte ich erdrücken sollen vorher Aber ich glaub den brauche ich jetzt ja wobei Ne Hey Braucht den Cooper gar nicht der der geflogen kam Mann hör auf die Hammer zu werfen Jetzt bräuchte ich den aber kommt der nicht von der anderen Seite Der co tut er tut er tut er Easy Okay Ich nehme an das müssen wir aber alles nochmal machen nachher für den Secret Ne das Secret ist optional Anni das Secret kann ich einfach zeigen und dann weiterspielen Weil bisher glaube ich kam es noch nicht Du bist schon lange dran vorbei Ach scheiße Okay Ja also müssen wir doch nochmal alles schnallen Also bis Nein musst du nicht Dann teilen Ne ich will schon zeigen Ja das Secret ist egal Will eh keiner sehen Ja ist es wieder ein NSFW Dings oder was Nein Okay Also Es ist ein komisches Secret aber naja Okay Machst mich immer neugieriger ich will es sehen Ne musst du nicht Doch Wird auf jeden Fall danach suchen Ah Feuer Ich werde dir aber nicht verraten wo es liegt Ja aber es ist so Also So viel Möglichkeiten gibt es jetzt nicht Hier das Level irgendwo hin zu verlassen Also das kriege ich schon raus Naja weißt du denn auch wie man den Mond findet Wie man rankommt Das werde ich noch rausfinden Aber Ach das Bild ist kein Feuer Oh ich trottel Nein Schieß nochmal Yoshi Okay Zwei Feuer brauchen wir Passt Okay Jetzt in Ruhe Schieß nochmal Passt Okay Zwei Feuer haben wir Ah da kommt gleich noch ein drittes Passt Nehmen wir das auch noch mit Das war vielleicht schlecht Was war schlecht Aufs dritte Feuer zu springen Ach so Ach so Weil das Ja okay Verstanden Weil dann die Pflanze nicht mehr passt Richtig Manchmal ist also zu viel doch nicht gut Wenn alles aufeinander Abgestimmt ist Mann Verstehe absolut nicht wie Menschen es schaffen Sowas am Stück zu spielen Also So lange so durchzuhalten Das ist echt krass Keine Ahnung Ja die haben halt Skill Ja aber Das ist Und spielen halt regelmäßiger SMW Ja aber es ist wie Klavier spielen Also das ist auch was was ich Mir überhaupt nicht vorstellen kann So lange Zwei Also mit Hier Dings Mann Zwei Melodien gleichzeitig zu spielen Das ist so krass Also Begleitung und Melodie kann ich ja auch noch selber Das kriege ich hin Aber Zwei Melodien gleichzeitig Huf Aber was mache ich da unten Oh Gott oh Gott oh Gott Also ich soll auf die Auf den Stein drauf So Dann kommen zwei Shells Die rasieren den Pokey So Shell eins Shell zwei Dann kann ich da weiter Und dann kann ich aber Wie soll ich denn da hoch Soll ich über den Pokey Ich soll über den Pokey da hoch Ich muss auf den Pokey weiter Aber dann ist das Feuer weg Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen Und der Pokey braucht ja drei Jahre Bis der da jetzt rüber zieht wieder Ich meine das sind blaue und gelbe Münzen Ich sehe die Irgendwas mache ich noch falsch Nee eigentlich ist alles richtig Ja aber wiss auf dass ich halt da drüben sterbe So Aber wie Hm Ob das war nicht so gedacht Ja aber Was mache ich jetzt wenn ich da drüben Im Spin Jump bin Wie komme ich da Ich finde es echt interessant Wie unbedingt Drei von vier Testern Das Feuer dort links behalten wollen Also ich will es nicht behalten Okay Also will ich mit dem Pokey Tatsächlich nach rechts Nach links einfach Ja richtig HF hat es erkannt Jeder andere Tester bisher nicht Oh mein Gott Alle anderen Tester Auch bisher nur mit Safe States gespielt HF nicht Okay Wir sehen also mal wieder Safe States verblöden Quad Era Demonstrandum Oh mein Gott Ja aber Normalerweise ist halt so ein Level aufgebaut Dass man so ein Feuer behält Bis es wirklich nicht mehr benötigt wird Und du weißt ja nicht Ja hast du ja vorhin auch nicht Ja meistens wirkt es halt Also meistens merkst du an irgendeiner Stelle Dass du es nicht mehr brauchst Mann Alter Pokis Das ist jetzt dein Ernst Okay das ist gut Aber dass ich den gekillt habe War in Ordnung Jetzt rüber da Okay Oh das schönes Ziel Dann sammle es halt mal ein Ja sieht noch nicht so gut aus Brauch ich noch irgendwas für Hier geht es ja auch noch weiter Und das ist noch kein richtiges Ziel scheinbar Oder ich komme halt wieder zurück mit irgendwas im Gepäck Ah nach Shell zum Beispiel Hä? Ja du hast hier jetzt nicht so wahnsinnig viele Optionen Ja aber ich kann sie auch nicht mitnehmen Ich meine vielleicht kann ich irgendwie die Coins so lassen Dass Ah shit Ich meine ich sehe schon Wenn die Shell hier wäre Und der P-Switch noch läuft Dann könnte ich da unten einfach rein Ach ne Der P-Switch muss einfach laufen Ja das hat gedauert Die Shell ist nur zum zurückkommen da Deswegen ist es auch einfacher Die so abzustimmen Weil die blauen Blöcke da sind Also muss ich einfach schnell hier hin zurück Und dann den Dings auslösen Ja okay War ich wieder komplizierter vorgestellt Als es war Ja du hast dir was vollkommen unmögliches vorgestellt Ja das ist das auch Aber es sah halt so aus Wie wenn die Shell da den Block aufmachen muss Da unten Oh Das macht die hier Richtig Was ist passiert Irgendwas ist passiert Ja du bist gestorben War der P-Switch ja nicht schnell genug Ach so ne andersrum Ich muss warten Ach so Ja okay Ja du musst das hier timen Alles klar Zwei Level in einem Part So einfach geht das Ach ne Secret 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 Also Es muss halt irgendwas sein Wo man oben aus dem Level raus kann Oder so Keine Ahnung Hier kann es halt nicht sein Das ist Hier kann es eigentlich echt nicht sein So lang war es ja da Anfang nicht Da oben auf den Auf den Ja ja doch ich sehe es Save Save auf den Fragezeichenblock Und dann da oben raus Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit Wo irgendwas sein könnte Ah shit jetzt kommt der schon Okay ich lade den nochmal neu rein War auch das Feuer eh nicht mehr Ja glückwunsch Hä Andere Richtung vielleicht Hä Ja anscheinend ist es doch nicht so einfach Wieso kann man da oben hin Um den Spieler zu verwirren Also wirklich jetzt Und da ist da halt irgendwie Dass ich nach oben drücken muss Oder keine Ahnung Genau da oben ist jetzt Eine Tür versteckt Auf den Willkürlichen Blöcke Ich weiß es ja nicht Also es ist wirklich nur Nur fake Alles fake Genauso wie meine Aussage Dass es hier ein Secret gibt Na das glaube ich nicht Ja aber meinetwegen Dann sehe ich das mal noch als Wait Oder ich muss da oben groß sein Das würde ja auch noch gehen Na weil da eine Röhre ist Die sich nur öffnet Wenn du groß bist Ja möglich wäre es sowas Ja weißt du nicht Wie du das mit Vanille anstellst Aber Ich auch nicht Hm Na gut dann gehen wir mal weiter Und gucken mal ob wir noch Anders eine Möglichkeit hätten Wieso rennt er denn jetzt nicht mehr Mario bitte Ich meine hier kann ich auch Kann ich da vielleicht wenn ich schnell genug bin hoch Aber das kann ich mir nicht vorstellen Mit Airshell Jumps Aha Ja Eben das ist nicht so Nicht so ganz jetzt mein Mein Wunsch Bin ich jetzt eigentlich schon dran vorbei Was werde ich dir nicht verraten Dann bin ich noch nicht dran vorbei Hier komme ich aber auch nicht Da komme ich aber auch nicht mehr raus Da oben Soll ich Also soll ich ja auch eigentlich gar nicht Meins wird jetzt auch nicht sein Dass irgendwo Dass ich nach unten fallen muss Oder sowas Das wäre auch irgendwie Quatsch Ach ja Du hast mich bei dem Mond schon gefragt Wie ich da hinkommen will Ey mit dem Typ hier oder Ne Äh Tatsächlich nicht mit dem Typ Wieso sind hier eigentlich Ja die blauen Münzen zeigen an Wie der Typ da oben fliegen soll Achso dass der von der anderen Seite Ah ich hätte ihn jetzt gar nicht treffen dürfen Okay aber wie komme ich an den Mond ran Das ist eine berechtigte Frage Soll ich das Feuer behalten Die ganze Zeit Richtig Lol Okay also dann wäre es hier das Feuer Aber ansonsten hat das Feuer bisher Keine große Bedeutung gehabt Mein Gott ich bin dumm Da steht doch L Dein blauer Freund ist übrigens schon längst tot Das weißt du Hab ich den in der Phase schon gekillt? Oh Tatsache Ups Gut dass du aufpasst Ah ne ich muss ja darüber Gut dass ich mir Dinge nicht merken kann Manche Stellen wirken einfach viel schwieriger Als sie es dann eigentlich sind Das ist auch immer interessant Aber hier ist ja auch nicht so jetzt bin ich ja schon bei Midwaypoint Du hast gesagt da hast du gesagt ich bin dran vorbei Scheiße Ja sinnlose Secret suche Hier habe ich leider keine Ahnung Es war halt schon irgendwie passend dass ich da oben hoch kann aber wenn da nix ist Warum ist da eigentlich so ein Block? Ich verstehe ich verstehe den Aufbau da nicht von dem Anfang Damit die Leute nicht die Säge ausnutzen können um da hoch zu kommen die da noch nicht den grünen Switch haben Okay Jetzt könnten die einfach die ersten paar Sprünge hier überspringen und dann einfach links beim Pilz wieder ganz gechillt runter Ja das ist wahr Aber wo ist jetzt das Secret? Wie gesagt da oben ist nichts Wenn du sonst keine Idee hast Machen wir entweder hier einen Stundenpart draus oder Du wendest den Part und schaust du dann das nächste Level an Also es gibt aber nicht so viele Möglichkeiten wo was sein kann Also keine Ahnung Kann doch nicht sein Ich meine wenn da oben nichts ist So Dann bin ich bisher nicht dran vorbeigelaufen Ich will trotzdem Warte Es hat nen Grund dass ich da den Anfang zurück kann Es hat nen Grund Erzählst du mir nicht dass da nix ist Ich will es als großer dahin an den Anfang zurück Um den geheimen Termblock zu zerstören Sehr gute Idee Ja ich kann jetzt zumindest da hochlaufen Aber ich weiß nicht was da oben Ha Ja der hat ne blaue Zunge Siehst du Das hab ich doch schon mal gesehen Ja vielleicht bei HF oder so Das kann sein Jetzt bist du jedenfalls im Yoshi drin Ja Das ist doch ein schönes Secret Lecker Kann man doch anbieten Ja ok Wird ja eh ausgeschwärzt Sie war zum Glück nur ganz Äh Ok sie war ganz kurz da Ja gut Aber ich hab's gefunden Ha siehst du Es musste irgendwas mit dem Weg da oben zu tun haben Es ging ja gar nicht anders In der Special World gibt's auch noch ein Secret Mal schauen ob du das findest Mal gucken Jetzt erstmal bedanke ich mich fürs Zuschauen Und Und tschüss Sage tschüss